ja hallo heute geht es um den empfang von is signalen ich habe ja dabei bereits schon 12 videos drüber gedreht das sind ja die schiffe aus um ihre positionsdaten zu übermitteln geht ja über zwei kanäle 161 mhz bereich und 162 mhz bereich circa da sind die das aus da gibt es ja dann so spezielle is empfänger ich gehe mal rüber ich habe ja hier so ein hier unten den daisy zwei kanal empfänger der wird per usb einfach an den pc angeschlossen und die signale werden dann per opencpn das ist so einen freien kartenplotter dargestellt aber man kann sowas auch selber bauen mehr oder weniger selber bauen und zwar mit einer raspberry pi das geht mit der pi 2 3 und 4 ich habe jetzt hier die raspberry 4b funktioniert sehr gut mit wlan mit einem drum und dran was man dazu braucht ist auch eine erweiterungs platine hier in dem fall auch von daisy zwei kanal empfänger ich zeige euch dann aber auch gleich wo man die her bekommt und wie die noch genauer ausschaut ich habe die jetzt hier in so einem gehäuse verbaut das ist so ein cluster gehäuse da kann man mehrere preis ineinander stapeln sozusagen für mehrere projekte ja ist wirklich ganz interessant wie gesagt zwei kanäle angeschlossen habe ich jetzt meine ukw c funk antenne die ganz normale der hat hier diese platine da diese erweiterungs platine hatten sma anschluss und ja da habe ich ein adapter auf bnc drauf gemacht funktioniert wunderbar wie gesagt eine raspberry pi 4b ob ihr das dann so besser seht ist natürlich jetzt ein bisschen blöd in dem gehäuse das ist so ein acryl gehäuse aber das zeige ich euch gleich am computer noch mal genauer diese erweiterungs platine die wird einfach nur auf die raspberry pi 4 aufgesetzt und ja dann funktioniert das ganze auch schon man muss zwar noch einige einstellungen machen man muss so ein bisschen was tun ja an dem an der raspberry pi man braucht so ein paar programme das wird euch aber alles jetzt stück für stück am computer dann zeigen hier hinten dran habe ich übrigens noch mal eine p4 also b4 raspberry pi 4 wie ihr seht ihr auch mit zwei sma antennenanschlüssen und zwei chips ich hoffe ihr seht das hier hinten dran für die zwei lora frequenzen 434 megahertz und 868 megahertz das ist ein weiteres raspberry projekt von mir ja da geht es um den empfang von ja so wetterballon bilder von der stratosphäre ja es gibt ja leute die staaten so wetterballons und ja tun kameras und verbauen und senden das dann über die lora frequenzen hier auf die erde und ja da gibt es dann halt auch dieses raspberry empfangs erweiterungsmodul das werde ich euch aber in den jahren im laufe der nächsten zeit auch auf meinem kanal noch mal genauer vorstellen heute soll es erst mal um den is empfang mit der raspberry gehen und ja das andere ist auch sehr interessant das sind ssdv bilder und ja es wirklich auch super also wenn ihr da nichts verpassen wollt und das auch mal sehen wollt dann ja guckt einfach ab und zu mal auf meinen kanal das wird jetzt die nächste zeit auch noch kommen gut ich werde euch jetzt ich werde jetzt mal umschalten auf die bildschirmkamera und dann zeige ich euch mal das genauer wie das alles so funktioniert hier dieses ja dieses is empfang oder diese is modul für die raspberry 4 und wie man dann da die ganze software dafür installiert und so weiter da werde ich euch das jetzt mal zeigen ich muss aber dazu sagen sollte vielleicht schon so ein bisschen mal jemand mit der raspberry gespielt haben dann ist es relativ einfach also das ist nichts kompliziertes aber man sollte zumindest mal kontakt gehabt haben zu linux und der raspberry geschichte ja aber ich werde euch das jetzt mal zeigen wie das geht wie das überhaupt alles ausschaut dann schalte ich um mal auf die pc kamera so und hier seht ihr doch mal wie das ganze ausschaut das hier ist diese rote erweitungs platine das ist die is empfangs platine die wird hier einfach auf die pins pin leiste von der raspberry drauf gesteckt das auch alles mit dabei adapter und 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 so weiter also da wenn ihr die kauft ist alles dabei das sind dann auch hier die erhöhung mit dabei und so weiter damit die anständig verschraubt werden kann auf der auf der raspberry ja so sieht das ganze aus ich habe das jetzt hier bei ubodotronics bestellt aber ich glaube das gibt es auch noch billiger ich habe mittlerweile auch schon billiger gefunden diese platine ist ganz interessant da sind auch alle daten mit dabei und so weiter ja die braucht ihr auf jeden fall dann braucht ihr natürlich eine raspberry hier steht sogar mit der p1 würde sie wohl auch funktionieren p2 p3 p4 also der pc würde sie wohl auch funktionieren steht hier soweit alles da ich werde euch mal hier den link von ubodotronics auch mal reinsetzen wie gesagt ihr müsst es da nicht kaufen dann könnt ihr mal gucken ob ihr das noch irgendwo günstiger findet ja aber hier stehen schön alle daten da und vor allen dingen mit was für kartenblotterprogramme sie unter anderem zusammenarbeitet eigentlich ja kenne ich jetzt so am verbreitesten ist wirklich hier das open cpn das kenne ich auch so grundsätzlich so von der schifffahrt das wird viel auf windows pcs natürlich auch ausgeführt gibt es aber auch für die raspberry pi also eine ganz tolle sache ja also ich nehme eigentlich immer dieses open cpn es gibt wohl noch ein paar andere könnt ihr genauso probieren funktioniert auch ganz genauso also wie gesagt ich werde euch das mal hier diesen link in die video beschreibung setzen dann könnt ihr euch da mal einlesen hier stehen auch mal die frequenzen 161,975 und 162 025 megahertz gut aber was braucht ihr was müsst ihr zuerst machen also ihr müsst das natürlich erst mal bestellen kaufen wo auch immer dann braucht ihr eine raspberry pi wie gesagt das kann die 1 2 3 oder 4 sein ich habe jetzt die 4 genommen ist ja soweit das aktuellste modell die hat auch ja wlan und was ich übrigens ganz praktisch findet man kann diese raspberry pi ja jetzt nicht nur für den aes empfangen benutzen man kann darauf dann auch noch sonstige programme natürlich drauf spielen wo man zum beispiel so braucht wenn man jetzt dieses hier zum beispiel direkt auch an bord benutzt wenn man wirklich jetzt segler ist ja motorboot fahrer ist und sich diesen freien kartenplotter mit diesem aes empfang ja zulegt man hat nicht nur ein rein aes empfange weil dieser ein platin computer was ja die raspberry ist die bietet natürlich noch mehr und man kann natürlich auch noch sonstige programme darauf spielen man braucht natürlich eine sd karte eine micro sd karte ich habe jetzt eine 32 gb karte drin sollte eine gute karte seien nicht ganz diese ganz billigen wegen der geschwindigkeit auch und ja mehr braucht ihr nicht natürlich dann stromversorgung netzteil und so weiter als betriebssystem empfehle ich euch weil das läuft wirklich einwandfrei und bis jetzt auch immer ohne probleme dass raspberry pi os 32 bit mit desktop darstellung und ja das nehme ich eigentlich immer für solche sachen hier das funktioniert sehr gut das müsst ihr euch einfach hier runterladen auf der raspberry seite im download bereich findet ihr das ich stelle euch aber auch da den link nochmal in die video beschreibung ja da kriegt ihr dann ein zip ordner ja und diesen zip ordner den entpackt ihr einfach den wo ihr darunter ladet dann kriegt ihr ein image ordner und diesen image ordner den müsst ihr jetzt natürlich irgendwie auf die sd karte bringen das macht man ich zeig euch das hier mal entweder mit diesem programm das ist eigentlich auch relativ bekannt oder mit dem raspberry pi hauseigenen flash programm das sind beide flash programme wo ihr dann den ja die das jeweilige image auf dieser sd karte flashen könnt ja beziehungsweise müsst also einfach nur diesen image ordner drauf kopieren auf der sd karte das funktioniert natürlich nicht ihr müsst dann hier das operation system auswählen also euer image dann euer sd karten slot auswählen wenn ihr mehrere habt wenn nicht wenn ihr nur einen habt natürlich dann könnt ihr nur einen auswählen und dann hier auf schreiben ja also dieses image draufschreiben auf die sd karte dasselbe prinzip ist hier bei der software genau dasselbe also das flashen eines raspberry betriebssystem als image auf eine sd karte das ist aber relativ selbsterklärend da will ich gar nicht so drauf eingehen weil ihr müsst im grunde nur drei buttons hier anklicken und dann habt ihr dieses betriebssystem auf der jeweiligen sd karte drauf und diese schiebt ihr dann einfach in eure raspberry pi rein ja mehr ist es eigentlich nicht wenn ihr das habt dann startet ihr natürlich eure raspberry und ja dann bekommt ihr hier ist schon das opencpn zu sehen dann bekommt ihr hier so einen richtigen desktop ja wie ihr es so ein bisschen von windows auch kennt kennt ja mir ist das am anfang auch alles ein bisschen manchmal schwer gefallen weil ich eigentlich windows user bin fast zu 100 prozent und mit linux und raspberry eigentlich nicht viel zu tun hatte aber es ist wirklich recht selbsterklärend ihr kriegt dann hier so einen schönen desktop und ja dann werdet ihr erst mal aufgefordert schon beim start euren wlan schlüssel einzugehen jetzt mindestens bei der raspberry pi 4 wo auch wlan den wlan chip verbaut hat ansonsten halt über das netzwerk über das netzwerk netzwerkkabel werde dann halt aufgefordert ja der pi name zu geben also ein hostname und 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 das ist aber dann auch da klickt ihr euch einfach durch das ist überhaupt kein problem so dann habt ihr hier hier so ein menü hier oben bei der raspberry pi in diesem raspberry image ja diesem hauseigenen image für die raspberry da habt ihr hier so ein kommandofenster es ist halt linux da muss man viel mit ja kommandos arbeiten ich habe jetzt einfach meine pi sdr getauft ja und da müsst ihr halt jetzt kommandos eingeben dieses image hat auch ein internet browser also ihr könnt alle seiten die ich euch jetzt auch zeige hier direkt auf der raspberry dann öffnen das ist dann für später relativ wichtig und zwar hier ist so eine art ja quick start guide für dieses modul für dieses is modul für die raspberry und zwar ihr müsst da noch was ja installieren weil da ging es ging es geht es um die pin belegung bei der raspberry weil die ein bisschen anders da ist wie es eigentlich das modul haben will mal so vereinfacht ausgedrückt dazu müsst ihr hier diese kommando zeilen stück für stück eingeben also ihr kopiert die das geht relativ einfach ich mache euch auch da den link zu diesem quick start guide der ist zwar auch in papier form liegt der mit dabei bei diesem erweitungs modul für is aber ist natürlich schöner wenn man den hier auf dem computer hat der wie gesagt den link durch euch auch in die video beschreibung weil man kann den dann ganz einfach hier kopieren rechte maustaste kopieren und kann den dann hier mit rechter maustaste auf einfügen machen ja und dann steht hier drin enter und dann fängt schon an das alles zu installieren was man so braucht ja an erweiterung und software so dieses prinzip wird sich jetzt hier auch die ganze zeit so fortfahren also diese vier zeilen stück für stück einfügen in diesen in dieses kommando fenster wer jetzt noch gar nichts mit linux oder sowas zu tun hatte ja dann man sollte sich so ein bisschen mal so das grundsätzliche sag ich mal oder man sollte sich mal grundsätzlich so ein bisschen mit beschäftigt haben wie linux überhaupt funktioniert das ist nicht so nicht ganz so wie windows natürlich dass man hier einfach eine exe datei runterlädt die ausführt und dann funktioniert das einfach alles man muss hier viel mit kommandos arbeiten ja auch was das download oder das downloaden betrifft und so weiter ja ist leider so aber da kommen wir jetzt nicht drumherum dann wie gesagt kopierte hier die nächste zeile und hier die zeile und die letzte zeile hier steht ja sudo sudo ist immer das kommando für ja das ist bei windows administrator eigentlich reboot now das heißt eure raspberry wird neu gestartet man muss sich sowieso angewöhnen bei allem was man gemacht hat bevor es wirklich funktioniert muss man die raspberry immer wieder neu starten und dann ist erst dass diese einstellung aktiv das ist oftmals wo wenn jetzt diese vier zeilen eingefügt habt dann ist das soweit alles geregelt und klar dann funktioniert auch schon mal das aufgesteckte erweiterungsmodul für die raspberry alles soweit kein problem würde ich sagen das schafft auch jemand der wirklich nur reiner windows user ist wie ich ja man muss halt sich mal vorher informieren wie funktioniert das überhaupt alles das sind dann hier die daten mit dem ja nach dem rebooten dass die is daten verarbeitet werden die bautrate und so weiter der port das ist dann wichtig wenn ihr dann die das bei opencpn dieses modul dann als ja empfänger anmeldet zeige ich euch aber noch dann braucht ihr natürlich noch eine software wie gesagt ich habe jetzt hier opencpn genommen ich finde es auch am unkompliziertesten und eigentlich soweit am besten ja habe auch dementsprechend kartenmaterial eingefügt das seht ihr hier an den grünen linien ich habe jetzt hier den main und den rhein den rhein deswegen klar mit meiner rundstrahl antenne komme ich zwar nicht so weit aber ich habe vor da einen etwas größeren karenzmann an antenne dran zu schließen demnächst wenn sie denn kommt und dass ich dann auch hier mehr reichweite erlangen und hier seht ihr auch die schiffe schon hier in dem fall da kann man jetzt auch draufklicken und dann sieht man hier die mmsi die die schiffscannnummer flackenstart was es ist tankschiff in fahrt befindlich steht hier zum beispiel geschwindigkeit kurs und so weiter kann man dann alles hier durch doppelklick relativ schnell rausfinden so ihr braucht wie gesagt dieses open cpn programm so da gehen wir mal wieder ich habe das über übrigens über eine remote remote des cop hier auf mein pc gelegt die usbri bei dass ihr also dass ich praktisch bei meinem windows pc auf die usbri zugreifen kann nur nicht dass ihr verwundert zeit ihr geht auf die open cpn download seite den link stelle ich euch auch in die video beschreibung dann ist hier das download ja verzeichnis übrigens auch die plug ins für open cpn für verschiedene zusatzprogramme und so weiter könnt ihr genauso auf die usbri auch installieren nur so und noch mal als hinweis wenn gerade wenn man dieses ja dieses raspberry projekt tatsächlich auf dem boot auch benutzt ist es ja schon vorteilhaft ihr geht auf open cpn letzte version und dann steht hier schon raspberry pi ja geht auch für mac geht auch für ubundo und 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 dann geht ihr hier auf open cpn installation so und hier selbe spiel ja ihr kopiert diese zeilen was hier steht die kopiert ihr einfach braucht ihr nicht viel tippen macht rechte maustaste kopieren geht hier zu eurem kommandofenster einfügen ja ich mache das aber jetzt nicht weil das habe ich ja schon alles gemacht dann auf enter und dann tut sich das ja die pi die nötige software runterladen und dasselbe macht ihr zeile für zeile das sind so verschiedene programme also verschiedene programmteile die er halt braucht damit es dann komplett funktioniert das sind dann so libraries dabei und 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 was wichtig ist was ich gemerkt habe hier steht man kann ja hier hier muss man text editor öffnen also hier schon bei der ersten zeile öffnet man ein text editor ich zeige euch das jetzt einfach mal kopieren ich gehe jetzt mal auf die raspberry einfügen enter so dann öffnet sich hier so ein text ja eine text datei ist das eigentlich und hier muss man eine zeile einfügen ja und zwar diese hier wo ich hier unten eingefügt habe wo ihr hier seht ich zeige euch die mal und zwar hier gibt es zwei möglichkeiten diese zeile hier ist für raspberry stretch das ist so eine ja andere version von diesem betriebssystem was wir vorhin ja vorhin runtergeladen haben dieses stretch ist das falsche das was man vorhin da runtergeladen hat ist eine basta version das heißt ihr müsst diese zeile hier kopieren ja und dann hier einfügen ja in diese text datei wo sich hier öffnet sozusagen dann mit steuerung x beendet ihr das hier das steht auch hier x ne also steuerung x beenden dann werdet ihr gefragt ja nein gibt ja ein j für ja ein enter und schon ist das hier drin abgespeichert das ist wichtig ja ich gehe mal auf steuerung x beenden ich habe ja nichts verändert deswegen fragt er mich das jetzt nicht wenn ihr das gemacht habt also wie gesagt für dieses raspberry was ich euch gezeigt habe was ihr euch da auf der auf die sd karte runterladen solltet ist es wichtig diese zeile hier nicht diese hier sondern diese zeile zu kopieren und in diese text datei einzufügen und abzuspeichern danach geht es ganz normal weiter sudo apt install di rmg r das ist auch noch mal so ein so ein ja programm wo 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 es eigentlich braucht damit dieses opencpn überhaupt ausgeführt werden kann das kopiert ihr auch einfach rechte maustaste kopieren und dann einfach wieder hier in euer raspberry fenster einfügen ente und dann installiert er das funktioniert wirklich ganz von alleine ihr braucht nur kopieren einführen kopieren einfügen mehr ist es eigentlich gar nicht dann hier mit der nächsten zeile genau dasselbe dann sudo apt get update das ist dann dass diese text datei wo ihr hier oben verändert habt auch geupdatet wird dann zum guten schluss sudo install opencpn diese zeile auch dann zum schluss kopieren einfügen ihn wieder in das kommando fenster hier ja enter und dann installiert opencpn ja und hat dann auch schon alles was es braucht was ihr hier vorher installiert habt hier ist auch eine schöne anleitung geht im grunde ganz genauso install plugins im grunde ist das ganz einfach in den meisten fällen ist das einfach nur als kommando opencpn minus plugin und dann den plugin name und schon installiert ihr die jeweiligen plugins wo ihr so braucht bei opencpn zum beispiel so ein karten karten geschichte karten ja ja also um halt karten zu laden und so weiter spezielle kaufkarten wo man kaufen muss ja brauchen wir aber nicht wirklich ja also wenn ihr plugins draufladen wollt geht das ganz genauso was das thema plugins und opencpn übrigens betrifft könnt ihr euch auch gerne mal meine anderen videos anschauen da habe ich auch schon einiges drüber erklärt ja und dann ist das installiert so das command-fenster braucht ihr nämlich dann nicht mehr und zwar dann findet ihr hier bei der himbeere hier oben im ordner bildung warum das dahin abgespeichert wird weiß ich auch nicht so genau opencpn und das klickt ihr dann einfach mit der maustaste an also das ist jetzt ja der desktop wieder der raspberry und das klickt ihr dann einfach wieder an ich habe das hier schon angeklickt und dann müsst ihr natürlich diese daisy diese erweitungs platine noch als empfänger hier anmelden das geht wie auch bei windows unter verbindungen und dann habe ich das hier schon gemacht ich zeige euch das aber noch mal hier ihr geht dann hier auf verbindung hinzufügen ja dann wählt ihr den daten port aus das wäre dann hier unten dieses schräg 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 tt y s o würdet ihr auswählen dann kommt hier die bautrate da habe ich euch ja gezeigt in der betriebsanleitung steht 8400 baut und genau die stellt ihr dann hier ein drückt auf anwenden und auf ok und damit ist das fertig ja ich gehe jetzt auf abbrechen und dann müssten hier schon die ersten schiffe zu sehen sein wenn ihr denn wenn denn schiffe da sind die das aussenden wenn ihr in der nähe eines flusses oder direkt an der küste seid müsstet ihr das dann schon sehen das kartenmaterial übrigens das findet ihr jetzt hier in dem fall von den flusskarten kostenlos bei der wasser- und schifffahrtsverwaltung des bundes auf einer webseite nennt sich elvis da setze ich euch auch noch mal den link in die video beschreibung da findet ihr die sogenannten enc karten da geht ihr einfach nur auf sehkarten verzeichnet sind zufügen und diesen diesen jetzt habe ich den main und den rein das ist so ein ganzer ordner also eine zip-datei mit einem ordner drin das entpackt ihr ganz normal also ladet euch das runter auf die raspberry also hier über den webbrowser ladet ihr euch die runter gebt einfach die ganz normale internetadresse ein wo ich euch verlinke und dann findet ihr jede menge flüsse wo ihr euch dann da runterladen könnt zu dem jeweiligen fluss wo ihr halt in der nähe seid entpackt die raspberry dieses raspberry hat auch ein entpackungsprogramm für sowas klickt da einfach doppelklick drauf entpackt es und tut hier bei verzeichnis hinzufügen einfach diesen entpackten ordner anklicken von dem jeweiligen fluss oder küstenregion und geht hier auf alle enc karten vorbereiten und dann habt ihr auch das karten material drin das habe ich aber auch euch schon mal in meinen vorherigen aes und open cbn videos gezeigt geht hier ganz genauso nur halt über die raspberry ja und dann habt ihr hier die karten drin könnt ran zoomen hier fährt jetzt zum beispiel gerade ein schiff hier ist auch so eine kurs vorauslinie das kann aber alles einstellen bei open cbn wenn man doppelklick drauf macht kriegt man genauere daten über das schiff wie auch die position und so weiter also eine ganz tolle sache wenn ihr jetzt die respiren autark benutzen wollt ja also das heißt ja ohne ja jetzt wie ich hier das an den monitor angeschlossen habe über hdmi dann gibt es natürlich auch displays die könnt ihr auch noch an die raspberry anschließen so kleine touchscreen displays so dass ihr dann dieses programm natürlich auch über dieses display ausführen können über touchscreen oder mit so einem stift ja mehr ist es eigentlich gar nicht ganz tolle sache wie ich finde hier kann man dann noch die einzelnen kartenabschnitte auswählen hier unten also ganz toll ja und dann habt ihr open cbn auf der raspberry pi installiert und mit dem empfangsmodul für aes versehen ja mehr gibt es darüber nicht zu sagen eigentlich ist es gar nicht so schwierig wenn ihr aber noch fragen habt gerade wenn ihr hier mit linux und ja der pi noch nicht viel zu tun habt dann fragt mich bitte kein problem einfach in den kommentaren wir kriegen das dann schon irgendwie hin ja aber wirklich im grunde ist es recht simpel ihr ladet euch das betriebssystem runter also das image flasht das auf die mit diesen mit einem von diesen beiden programmen einfach auf die sd karte schiebt die rein in die raspberry danach tut ihr euer erweiterungsmodul daisy 2 einrichten mit diesen kommando zeilen die ihr in das kommando fenster stück für stück eingeht also rein kopiert wenn ihr das habt geht ihr auf die download seite sobald ich hebe daneben geht hier bei raspberry pi hin und für diese kommandos auch kopieren einfügen kopieren einfügen einfach in euer kommando fenster bei der pi ein wie gesagt hier da müsst ihr nur aufpassen dass ihr das richtige wählt wie gesagt dieses letzte version basta müsst ihr dann auswählen und einfügen speichern dann hier weiter kommando fenster einfach nur kopieren einführen kopieren einfügen mehr ist es wirklich nicht ja und dann habt ihr hier ein ja mehr oder weniger selbst gebauten aes empfänger und wie gesagt ihr habt auch noch einen kleinen computer mit dabei das heißt ihr könnt ja natürlich auch noch andere programmer wie gesagt drauf laden finde ich klasse wie gesagt hier kann man dann noch ein display anschließen da führt man dann dieses flachbandkabel gerade durch dann hat man sogar noch ein eigenes display hier per touchscreen und kann das ganze sogar fernsteuern wenn wir das denn also was heißt fernsteuern über das display steuern und kann das dann mobil nutzen auch tatsächlich an bord eines schiffes gut das soll es mal gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ja es sind nicht zu viele fragezeichen aufgepoppt wenn nicht wie gesagt schreibt mir einfach einen kommentar wenn ihr da probleme habt bei der installation ich helfe euch wirklich gern und das kriegt mir auf jeden fall hin wie gesagt ich bin auch kein held in linux und raspberry ja also bin ich überhaupt kein held ich bin auch lieber exe datei exe datei doppelklick und es funktioniert also wie gesagt aber ich habe es auch hingekriegt kriegt ihr das auf alle fälle auch hin ja gut dann macht es mal gut bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal 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 Bis zum nächsten Mal.